Willkommen ihr Lieben zu einer weiten Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wir haben ein tolles Überfall-Wochenende gehabt und ich hoffe, dass ihr ein tolles Überfall-Wochenende gehabt habt. Also ich habe es in jedem Fall gehabt, denn ich habe mit allen Accounts tuto komplett hier angegriffen. Das heißt also, alle meine Accounts haben auch ihre zusätzlichen Angriffe herausgespielt, denn dieses Mal lief es natürlich schon ein bisschen besser. Jeder wusste in etwa, was, ja wie soll man sagen, was wann zu tun ist und ich starte heute mal im Clan Free-to-Play, gebe mal nur so eine kurze Übersicht, was hier eigentlich geschehen ist und wir gehen mal ins Überfall-Wochenende rein, beziehungsweise in die Überfall-Woche. Ihr seht es auch, endlich wieder so ein paar Überfall-Medaillen bekommen und wir sind schon ziemlich weit. Wir haben uns während des Turniers oder während des Wochenendes die Ballon-Lagune mittlerweile freigeschaltet. Und nur einen kurzen Tipp, weil ich habe es auch nicht gesehen, aber hier beim Clan Free-to-Play sind wir damit schon fertig. Wenn ihr die Ballon-Lagune oder überhaupt euch neue Sachen, glaube ich, freischaltet, das sind jetzt nur Annahmen von mir, dann solltet ihr genau gucken, was ist eigentlich in dem davorherigen jetzt freizuschalten, denn ich habe es auch selber nicht gesehen, dass es hier ein Arme-Lager zusätzlich gibt. Das heißt also, wir haben dann im nächsten Überfall-Wochenende 135 Truppen und da solltet ihr in jedem Fall drauf schauen. Ich habe da nämlich nicht drauf geschaut, denn es sind jetzt natürlich etliche Gebäude erstmal zu bauen, weit über 80 Stück, glaube ich, damit man den Stadtgipfel auf Level 5 ziehen kann. Aber nur mal so als Tipp am Rand, ich muss mal gucken, was das eigentlich auf sich hat hier. Zauberkapazität 3 plus 1, okay, kann man auch mal 50.000. Eieieiei, okay. Ist auch ein Wort zum Sonntag, muss ich mal so sagen. Aber ich glaube, das macht alles nichts, denn das geht hier so ganz piano vonstatten. Und wenn wir uns mal ins Überfall-Wochenende reinbegeben, dann haben wir mit 171.000 oder fast 180.000 Beute hier bei 13 Überfällen, die wir abgeschlossen haben. Wir haben 165 Angriffe insgesamt gemacht mit unserer eigentlich nur auch kleinen, aber feinen Meute 44 Bezirke zerstört. Ich finde, das lässt sich in jedem Fall super, super sehen. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass wir auch Verteidigungsbonus bekommen haben. Und das heißt, unser Stadtgipfel hat vor allen Dingen, glaube ich, sehr, sehr gut gehalten. Die Angriffe oder die Gegner mussten dann halt sehr, sehr viel angreifen. Aber ihr seht das hier. Es gab hier, glaube ich, nur einen einzigen, der 5 von 5 hat. Alle anderen haben mittlerweile begriffen, wie man sich den sechsten Angriff hier holt. Lukas leider nur 3. Mace auch. Und die anderen da unten haben keine Lust drauf. Finde ich eigentlich, ich muss sagen, mittlerweile ein bisschen schade, weil es ist eigentlich A, es ist schnell gemacht, wenn man es möchte. B, wenn man natürlich ein bisschen taktisch vorgeht, dann lässt man erstmal einen vor. Ihr hattet das ja gesehen, zufällig im Livestream am Samstag. Denn wir haben ja am Samstag hier aus dem Überfalldorf bis zu den Clashmasters gestreamt. Also fast 4 Stunden. Und da habe ich fast nur, ja, ich will nicht sagen nur Überfälle gespielt. Ich habe halt Dörfer gespielt. Mit allen drum und dran. Also mit Nachtdorf, mit Tagdorf, mit Pass. Und war eine ziemlich coole und runde Sache, muss ich sagen. Und hat auch Laune gemacht. Es gab dann auch aus rein der Zuschauer tolle Tipps und Tricks, wie man hier weiter vorgeht. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah ja, okay. Man kann ja hier reinschauen. Und hier sieht man ja, wie viel man insgesamt gemacht hat. Und, aber ihr seht schon, unten haben wir auch mehr Angriffe wieder benötigt. Da liegt natürlich da auch daran, dass wir, da oben sieht man es auch, einen von vier Bezirken zerstört. Dass natürlich auch alle Clans jetzt so ein bisschen weiter kommen. Mit ihrem Stadtgold, mit ihren Punkten und natürlich dann dementsprechend auch mit ihren Bezirken und den Ausbauten. Also das ist ganz, ganz klar. Ja, und jetzt müsste ich selber mal gucken hier, wo ich selber denn tätig war. Denn am Ende hat man dann, ja, also jetzt nicht so eine wahllose Armee genommen, sondern man hat schon, also deswegen auch zufällig oder eine zufällige Armee oder eine Random Armee genommen. Sondern man hat dann schon geguckt, was ist eigentlich noch über? Was ist eigentlich noch über? Ihr seht das hier, Lela hat hier zugemacht. Beziehungsweise nicht Lela, sondern Romano hat hier zugemacht. Aber ich habe hier auch mit Lela und mit Alex zwei Angriffe drauf gemacht. Und jetzt muss ich aber mal schauen, ob ich hier nicht irgendwo auch zugemacht habe. 100% hat er gemacht. Irgendwo habe ich hier nämlich auch zugemacht. Aber Schattentänzer hat das fast ganz alleine hier gemacht. Vielleicht war es auch vorher. Aber letztendlich kann man natürlich, wenn jemand hier schon viele, viele Prozente drauf hat. Und ihr seht das hier, noch habe ich hier eine Armee mit Bodentruppen oder Maisbodentruppen. Später habe ich das gewechselt. Später habe ich gewechselt, um natürlich mal genau zu schauen, was ist jetzt eigentlich noch da? Ja, was ist jetzt eigentlich noch da? Oder auch zu Anfang habe ich das gemacht. Wir haben mittlerweile das Skelettfass und auch die Ballons freigeschaltet. Und die sind wirklich, wirklich gut, muss ich sagen, um erstmal gerade hier so einen fiesen Minenwerfer hier rauszukriegen, der natürlich für deine Fußtruppen Gift ist. Und so kann man natürlich auch vorgehen. Aber letztendlich habe ich dann hier immer zugesehen, dass ich halt noch ein bisschen was gemacht habe. Ja, da ist natürlich die, die mit dem Holz da sind ein bisschen, ja, ich meine, die habe ich jetzt gerade das Verderben geschickt da unten in die Riesenbomben. Aber es hat auch, mir hat es auch unheimlich Laune gemacht, muss ich sagen. Auch die kleinen Schockmomente, wenn es denn darum ging, dass du in die nächste Riesenbombe oder überhaupt in die nächsten Fallen läufst. Und ich glaube, hier schaffe ich das noch nicht ganz. Ah, nee, hier schaffe ich das noch nicht ganz. Aber ihr seht schon selber, am Gipfel ist auch nicht mehr viel da. Und ich glaube, ich mache das dann mit Alex weiter. Nächste Wiederholung kann ich nämlich gucken. Aha. Und das ist jetzt schon Romano. Und Romano hat jetzt auch schon ein bisschen Luftgruppe dabei, aber auch er hat hier die Hölzer noch, wofür auch immer. Aber die gehen auf jeden Fall, okay, die gehen da an die Mauer, wo der Magierturm ist und haben die Mauer nicht mal aufgekriegt. Okay, wie gesagt, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Also nicht wirklich die Ultra-Zufallsarmeen nehmen, sondern dann schon eher ein bisschen was, was auch Sinn macht. Und ich wollte es gerade sagen, vielleicht auch ein Doppelheil. Jetzt ist natürlich der Riese nicht im Doppelheil. Auch das habe ich am Wochenende echt super gelernt, dass die Heilzauber ja stacken. Und wenn du die, vor allen Dingen die Riesen, wenn die auch an einer Bezirkshütte sind oder am Gipfel, dann sind die hammer, hammer stark. Die sind nicht aufzuhalten. Dort auch nicht von der starken Defensive des Gipfels oder des Bezirkes. Und wirklich krank, wenn die da in so einer Schnittmenge stehen, so habe ich das immer am Samstag genannt, dann, die waren nicht kaputt zu kriegen, muss man echt sagen. Erst als die wieder rauskamen und hatten dann, waren dann nur in einem Heilkreis drin, haben sie es gemacht. Und ich meine, hier muss man jetzt nicht mehr mit Lufttruppen angreifen. Kann man natürlich noch machen. Aber letztendlich brauchst du jetzt hier wirklich nur noch ein paar Bodentruppen, hat er noch nicht mal gewechselt. Okay, kommt er da jetzt rein, Riesenbombe. Ja, oh, Überraschung. Und da oben noch eine Bombe ausgelöst. Und setzt jetzt auch wieder ein bisschen, ein bisschen trotzdem die Lufttruppen da ein, obwohl die Tonne da fast wieder alle weg macht. Aber er spart noch ein bisschen was auf, solltet ihr auch machen. Auch das haben wir am Wochenende richtig, richtig cool durchexerziert. Das heißt also, wir haben immer ein bisschen was übergelassen, sodass man immer noch ein paar zusätzliche Stadtmedaillen bekommt. Und ja, das hat mich schon, das hat mich schon wirklich, wirklich cool gefreut, wie das hier abgelaufen ist. Und wie gesagt, ja, mit den Medaillen, das ist noch so ein bisschen light. Aber wir gehen mal rüber. Wir sind hier im laufenden Clankrieg nach einem Perfect War. Boah, auch das haben wir gesehen. Haben wir jetzt auch wieder ein Perfect War. Ich brauche schon gar nicht mehr ran hier mit Alex. Kann ich mir also zweimal Lot holen. Das habe ich mit dem Schiff Barfuß schon gemacht. Denn wenn die Leute hier meinen, sie müssen am ersten Tag schon alles rausballern, dann sollst du es halt tun. Mir letztendlich egal. Aber dann hole ich mir halt nur noch den Loot. Und da wir jetzt schon wieder ein Perfect haben, ist das schon unser zweiter Perfect, glaube ich, hintereinander, wie ich das sehe. Ja, da oben haben wir auch schon perfekt gemacht. Also geht super, super voran hier. Und wir werden in jedem Fall in dieser Woche hier noch ein bisschen was raussehen. Ich will jetzt aber mal gerade auf den Toti wechseln. Denn auch im Clan Herausforderer haben wir ja ein bisschen gespielt. Da haben wir nicht ganz so viel geschafft. Ja, an Medaillen natürlich ein bisschen mehr gemacht. Aber an Gesamtzerstörung etwas weniger, an den Angriffen, glaube ich, auch, Überfälle auch und auch an den gegnerischen Bezirken etwas weniger gemacht. Wir sind, obwohl wir hier etwas mehr sind, aber hier haben halt auch wenige was gemacht. Ich meine, wir sind hier über 40 Leute gewesen und nur 27 nehmen daran teil. Das ist natürlich noch mau. Das heißt also, es gibt immer noch welche, die stadtgoldmäßig hier oder überhaupt überfallmäßig gar nicht, gar keine Lust haben. Ich meine, ich nehme denen das jetzt nicht krumm, dass die hier immer noch auf 100 stehen. Ja, aber ich meine, warum macht man es nicht? Es ist halt da, ja, und dann kann man es doch auch ein bisschen bespielen. Mein Gott, tut ja jetzt nicht ganz so weh. Aber ihr seht schon, dass wir auch hier schon gute Punkte reingefahren haben, finde ich. Also für so einen Clan hier ist das top. Zweimal über 100.000 und ich meine, ich bin mit Thorsten schon fast abgeschlagen da mit meinen 60.000. Also Skull und Mortus, die ballern hier ganz gut rein, muss ich sagen. Kann man aber auch machen. Kann man aber auch machen. Oh, ich kann hier schon wieder abholen. Okay. Kann man aber auch machen, denn wenn man hier letztendlich alles nutzt und ich habe hier noch gar nicht alles ausgenutzt. Also ihr seht das hier, ich weiß, ich bin ganz knauserig mit meinen Ressourcen und möchte am liebsten alles mit Bauarbeiter, mit Bauarbeitergold machen hier. Damit mit meinen anderen Ressourcen nicht flöten gehen und ich die nach wie vor hier für Mauern einsetzen kann. Da sind es keine 200 mehr, denn ich habe natürlich noch Runen ohne Ende über. Ich kriege noch Runen aus dem Pass, aber da muss ich immer ein bisschen ganz, ganz in Ruhe schauen, wie ich das am einfachsten mache. Und am besten mache, sodass ich immer ein bisschen hier einen guten Füllstand drin habe bei meinen magischen Gegenständen. Denn was ich gar nicht mag, ist, dass mir von einer gewissen Sache etwas fehlt und dann kommt das nicht und es kommt den Pass nicht und es kommt nicht bei den Clanspielen. Ja, und deswegen bin ich da echt ein bisschen vorsichtig. Ihr seht es rechts oben. Ich habe eigentlich nur noch 38.000 Dunkel. Das müsste jetzt wieder eine Truppe bauen. Ich habe aber fünf Tränke, das heißt, ich brauche es dunkle erstmal nicht für die Super-Truppen, sondern kann einfach mal auch mal einen Trank nehmen. Gar keine Frage. Aber auch hier gehen wir mal rein in das Überfallwochenende. Und ihr seht auch hier haben wir die Ballonlagune schon, aber haben hier, glaube ich, noch nicht. Ja, seht ihr, das haben wir noch nicht ganz fertig. Können wir schnell mal die Punkte reinpacken, damit wir hier auch auf die 135 kommen. Also unbedingt darauf achten, die Armeelager hier als erstes zu machen. Die sind nicht nice to have, Leute. Die sind must have, so würde ich es mal sagen. Was bauen wir hier aus? Die Super-Magier auf zwei. Ja, Truppenleveln ist natürlich auch nicht unwichtig. Gerade die Schleichschützen oder aber auch die Super-Magier sind wirklich, wirklich eine starke Truppe. Und wenn man die dann schon ein Level weiter hat, dann hilft einem das ungemein. Und auch hier sind wir genauso vorgegangen. Ich habe auch hier alle, alle Angriffe gemacht. Fand ich auch sehr, sehr cool. Und jetzt gucken wir euch auch hier mal rein, wie viel hier eigentlich dran teilgenommen haben. Und, ähm, achso. Ja, hier haben, ähm, ja, hier waren wir, hatte ich ja eben schon gesagt, hier waren wir über 40 und haben nur mit 27 Leuten teilgenommen. Das ist ein bisschen mau. Hatte ich das nicht eben schon gesagt? Warte mal, lass, 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 lass mal gerade noch mal gucken hier in die Clan-Stadt. Ah, nee, hab ich ja eben schon gesagt. Ja, ja, hab ich ja eben schon gesagt. Hab ich eben schon gesagt. Aber auch hier sind wir recht taktisch vorgegangen. Und, ähm, 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 oben eins, glaube ich, heißt, dass wir hier nicht mehr alle, alles zerstört haben. Ich glaube, hier unten fing die Zerstörung an und je weiter das hier ging und schwerer auch wurde, desto, ähm, härter wurde das Ganze auch. Oh, ihr seht das hier, mindestens schon vier Stück, äh, zu machen, also drei Bezirke plus den Stadtgipfel. Und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Äh, wir gucken mal, ist cool, hat die fertig gemacht, King of Devil. Auch hier schauen wir mal, wie die sich so ein bisschen vorgekämpft haben. Und, äh, das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen das Default-Dorf. Oder aber irgendeine, eine fertig gebaute Base. Aber, ähm, hier kannst du natürlich wirklich, wirklich gut mit den, äh, Supermagiern agieren. Denn die Gebäude sind ganz, ganz eng und die Blitze schlagen auf jeden Fall über. Äh, das ist ja Sinn und Zweck. Aber hier seht ihr es auch wieder. Hier stehen die Riesen fast in, fast in der Schnittmenge. Nicht ganz, da gehen sie auf jeden Fall drauf. Aber sie sind auch ziemlich stark auch schon auf Level 2. Aber das Ganze geht natürlich auch ganz, ganz piano weiter hier mit den Random-Armeen hier. Und, ähm, wir gucken mal die nächste Wiederholung, ob man, wie man sich da weiter vorgekämpft hat. Und, ähm, das, ähm, ist er nochmal gewesen. Ähm, auch hier wird nochmal offen gemacht. Hätte man jetzt auch schon ein bisschen anders vorgehen können. Denn, ähm, da hinten ist eine Luftabwehr, okay. Die Speere schießen auch auf Luft, aber immer nur einen Schuss. Also, das ist auch noch gegen zu heilen an der Stelle. Und, ähm, bekommt hier aber jetzt die, äh, den Stadtgipfel, so heißt er ja. Und, ähm, hat jetzt schön gesehen, dass hinten, hinten stehen die Bogenschütze, sind auch nochmal in den Kreis. Aber, äh, klar, eine Riesenbombe oder überhaupt eine Bombe ist natürlich da tödlich. Und versucht das Ganze hier jetzt ein bisschen einzukreisen. Gelingt ihm aber immer noch nicht ganz, denn hier sind noch zwei Verteidigungen. Der Mager gibt alles. Und jetzt muss, glaube ich, gleich Romano, äh, nee, nicht Romano, sondern der, der es fertig gemacht hat, der Skull. Ähm, eigentlich nur noch eine. Ja, ich meine, wenn die Luftabwehr fällt, dann kannst du hier jetzt zwei Ballons nehmen. Aber die fällt noch nicht ganz, okay. Die fällt noch nicht ganz. Und mal sehen, was der Skull sich hier hat einfallen lassen. Ja, aber hier seht das. Ja, hier hat er schon mal gewechselt. Und genau so sollte man auch vorgehen. Ich bin am Ende auch so vorgegangen. Hab halt immer geschaut, was steht jetzt eigentlich noch? Oder was kann ich am effektivsten auch schon mal mit anderen Truppen wegmachen? Und, ähm, bin dann so vorgegangen. Ich glaube, im Livestream war das noch nicht so. Da waren wir noch nicht ganz so weit. Aber jetzt dann am darauffolgenden Sonntag oder gestern halt, sind wir natürlich auch so weit gekommen. Und, ja, so kann man es natürlich super machen. Aber ihr seht schon, ja, ich meine, hat er jetzt ein bisschen übertrieben. Da hätte man auch ein bisschen weniger setzen können. Dann hätte er noch ein wenig mehr Stadtmedaillen mit rausbekommen. Aber dennoch, glaube ich, war es eine coole Sache. War ein schönes Wochenende, muss ich sagen. Ich hoffe, bei euch war das auch so erfolgreich. Könnt ihr mir ruhig mal gerne unten reinschreiben. Ich kann mir das Ganze immer noch nicht schön gucken. Also, hört sich zwar ein bisschen euphorisch an bei mir, ist aber im Moment noch so ein bisschen vorsichtig euphorisch. Denn, ähm, ja, ich habe jetzt 1.256 von den Dingern und kann mir jetzt sogar richtig was leisten hier. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich mir so wirklich leiste. Aber, ähm, laut der Zuschauer lohnt sich, lohnt sich am meisten, wenn sie eine Million Gold kosten, die Mauerringe. Ja, die Mauerringe, bei mir lohnt die sich natürlich gar nicht, weil ich sieben Stück brauche für nur eine einzige Mauer. Und, ähm, da lohnt sich das nicht. Aber wenn ihr noch nicht so hoch seid und seid am Mauernfarm, dann lohnt sich das, ähm, spätestens dann, wenn sie eine Million kosten. Denn, äh, dort holst du dann am meisten raus. Denn du holst dir hier mit 300 Überfallmedaillen 5 von den Ringen. Und kannst dann mit 5 Mauern machen, also 5 mal 1 Million, 5 Millionen gespart. Und ich finde, das ist eigentlich, das ist eigentlich eine Sache, die ist in Ordnung. Alle anderen Sachen sind hier auch, sind die schon billiger geworden? Kann es sein, dass das alles schon ein bisschen billiger geworden ist hier? Das war doch zu Anfang teurer, oder? Da müsste ich jetzt mal, ja, da müsste ich doch mal in mein, in mein, ähm, in meine Videos schauen. Denn es gab hier ja Sachen, dass die Tränke auch 300 gekostet haben, glaube ich, ne? Oder war das da oben nur? Wo man die billigen Ressourcen für leider teuer Überfallmedaillen bekam? Ah, weiß ich jetzt nicht mehr. Wie sieht's hier aus? Ja, Mau, Mau, Mau. Ähm, aber immerhin, 250, ähm, Juwelen hier für 5 Mauernringe, das lohnt sich leider auch nicht. Also vielleicht lässt sich Supercell ja hier noch was einfallen, um hier, ich sag mal, nicht vernünftige Rewards reinzubekommen, sondern das Verhältnis ein bisschen vernünftig wählt zwischen den, ähm, Überfällen und den Überfall-Rewards. Ich denke mal, ähm, da wird in jedem Fall noch ein bisschen was kommen. Ich hoffe, der Wochenstart hat euch ganz gut mit mir gefallen. Ihr werdet in jedem Fall etwas mehr sehen, denn ich hab diese Woche Urlaub. Außer heute, heute hab ich noch keinen Urlaub, aber ab morgen hab ich bis zum 2.6. ein bisschen Urlaub und kann sicherlich auch mal das ein oder andere mal live gehen, wenn's mir wieder ein bisschen besser geht. Es geht mir eigentlich schon ganz gut, aber meine Erkältung ist halt immer noch so scheiße da. Und, ähm, deswegen schwächt mich das Ganze tatsächlich immer so ein bisschen. Und ich bin abends doch ganz schön platt. Muss ich sagen, ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mein Körper auch nochmal so, dass es den nochmal so, so umhaut. Nur mit einer, ich nenn's mal so, Erkältung. Aber, ähm, ist nun mal so und ist auch nicht ganz so schlimm. Ist auch eine schöne, eine nette Erfahrung, wenn's denn so ist. Und, ähm, ich hoffe, ihr hattet einen coolen Wochenstart. Euch hat das Video gefallen? Wenn ja, dann könnt ihr mir einfach ein Like da lassen und, ähm, am Kanal dranbleiben. Und ich würd sagen, wir sehen uns in dieser Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Plascht. Plascht. Plasch. 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 Plasch.